Die Frage nach dem Warum bringt Dich kein Stück weiter. Ganz im Gegenteil, Du bist dadurch gefangen in einer Schleife aus negativen Gefühlen. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Smile for Your Life – Einfacher, einfacher Leben. Dem Podcast rund ums Glücklichsein, Glücklich Leben und Glücklich Werden. Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Smile for Your Life – Einfacher, einfacher Leben. Schön, dass Du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Und wenn das das erste Mal bei mir ist, bitte ich Dich bei Folge 1 anzufangen, weil die Themen aufeinander aufbauen und damit das nicht zu Verwirrung und Frustration führt. Und bist Du ein regelmäßiger Zuhörer meines kleinen Podcastes. Herzlich Willkommen, schön, dass Du wieder dabei bist. In einer kürzlichen Unterhaltung ging es mit jemandem um das Thema Warum bin ich denn so, wie ich bin? Und warum und warum und warum? Und ich möchte Dir gerne erzählen, warum ich kein Freund davon bin, nach dem Warum zu gut zu hungen. Denn, um es mal kurz zu sagen, wenn Du weißt, warum Du fucked up bist, wenn Du weißt, warum Dein Leben im Arsch ist, wenn Du weißt, warum Du Dich scheiße fühlst, hast Du immer noch keinen Plan, wie es besser werden soll. Das ist die kurze Antwort. Die lange folgt jetzt. Die gängige Theorie ist ja eigentlich, wenn ich verstehe, warum ich bin, wie ich bin, dass ich durch diese Einsicht, durch dieses Aha-Erlebnis halt weiß, was ich zu ändern habe. Und ich bezweifle den einfach. Denn ich glaube mal, jeder Raucher weiß, dass Rauchen nicht gut ist. Jeder Alkoholiker weiß, dass Alkohol nicht gut ist. Und jeder, der seine Frau verprügelt, weiß im Nachhinein auch, dass es nicht gut ist. Das Wissen um diese Sache herum sorgt nicht dafür, dass ich mein Verhalten ändere. Und das heißt, wenn ich etwas weiß, was ich nicht will und dafür ein Bewusstsein habe, dann sorgt das nicht dafür, dass ich in ein positives Endergebnis bekomme. Das ist immer noch dieselbe Geschichte, wenn ich dem Piloten erzähle, fliegt mich weg, ist mir egal wohin, dann weiß ich immer nicht, wo die Reise hingeht. Das Navi braucht auch einen Startpunkt und einen Endpunkt. Und wie man da hinkommt mit Zwischenzielen. Und das funktioniert nicht, wenn ich das Warum habe. Das Warum ist nice to know. Das Warum ist sozusagen die Kirsche auf der Torte obendrauf. Das ist nett zu wissen. Aber ein Warum wird dir niemals dabei helfen, dein Verhalten und dein Leben in eine glücklichere, positivere Richtung zu geben. Und für alle, die es interessiert, warum das so ist, weil du geboren worden bist. Du hast Eltern, du bist zu Eltern gekommen und für dich gab es keine Betriebsanleitung. Du wurdest ohne Anleitung ausgeliefert. Und alles, was deine Eltern dir die ersten ca. sieben Lebensjahre gesagt haben, geht ungefiltert in dein Unterbewusstsein. Da ist kein Ironiefilter drin, kein Sarkasmusfilter, gar nichts. Wenn sie dir gesagt haben, du bist toll, du bist wunderbar, du kannst alles schaffen, trau dich das, mein Kind. Hast du das geglaubt? Und es hat sich irgendwann in deinem Kopf verwurzelt und es ist ein Glaubenssatz, ein Glaubenssystem und eine Philosophie geworden. Wenn die die ganze Zeit gesagt haben, du kannst nicht, stell dich nicht an, warum bist du so doof, war doch klar, dass das so ist, dann wird sich das bei dir auch niederlassen. Und wenn du immer um die Aufmerksamkeit deiner Eltern und Co. sozusagen ringen musstest, dann wirst du auch um die Aufmerksamkeit deiner Mitmenschen ringen. Also das ist nur der kurze Weg dahin. Deshalb das Warum. Aber das ist auch egal. Der andere Punkt ist, wir sind, bei dem Gespräch ging das um Anerkennung. Anerkennung anderer Menschen sollte mir doch eigentlich völlig egal sein. Ja, das stimmt. Sollte ist ein Konjunktiv und hätte, hätte Fahrerkette. Evolutionär dürfen wir aber bedenken, dass die Anerkennung einer sozialen Gruppe dafür gesorgt hat, dass wir als Neandertaler nicht gestorben sind. Denn wenn wir ausgestoßen worden sind aus dieser sozialen Gruppe, war das unser sicherer Tod. Und damit ist es immer noch bei uns, in irgendeiner Art und Weise verankert, bei mir auch, dass mich gewisse Menschen, wäre schön, wenn sie mich mögen würden. Nun bin ich aber jetzt mittlerweile auch ein bisschen weiter und weiß, hey, wenn der mich nicht mag, hat das nichts mit mir zu tun, sondern nur mit ihm und ist nicht mein Thema. Und zweiter Teil dieser Antwort ist, wenn ich den Warum stoche und nach dem Warum suche, dann bin ich nicht emotional in einem so guten Zustand, der voller Freude, Positivität und Glück geprägt ist, sondern ich bin in einem Such- und einem Problemmodus, ich weiß nicht, was los ist und warum und warum. Und wenn ich nicht weiß, warum ich so bin, wie ich bin und ich das nicht weiß und nicht weiß, dann bekomme ich durch das Universum mehr von dem, dass ich das nicht weiß. Also ich kriege weiterhin die Bestellung und die Bestätigung, warum das so ist. Und der Kreislauf geht von vorne los und von vorne los. Denn Sorgen führen halt mehr zu Sorgen und Glück führt halt mehr zu Glück. Und glückliche Gedanken führen zu glücklicheren Umständen, glückliche Umständen zu mehr glücklichen Erfahrungen und so weiter und so weiter. Ein weiterer Teil dieser Antwort und der mag jetzt ein bisschen provokativ sein, ist, ich glaube Menschen, die nach dem Warum suchen, suchen eigentlich nicht nach dem Warum, sondern nach dem oder der Schuldigen. sie suchen jemanden, den sie verantwortlich dafür machen, warum sie so sind, wie sie sind. Und ich habe mit diesem Thema auf so vielen Ebenen Probleme, weil das Hauptthema, warum es im Smile for Your Life geht, das Hauptthema, was bei Law of Attraction ist, das Hauptthema bei allen, du nimmst dir alle erfolgreichen Bücher, Autoren, Biografien, nimm dir, ist ja völlig egal. An irgendeinem Punkt in deinem Leben übernehmen sie zu 100% Verantwortung für ihr Leben und geben nicht die Schuld jemand anderem. Schuld immer der, der jemand anderem die Schuld gibt. Also erstens fühle ich mich sozusagen, ich bin so wie ich bin, so ein bisschen in die kleine Opferrolle gedrängt und gebe die Schuld dafür jemand anderem. Die Schuld abzugeben, die Verantwortung abzugeben, bedeutet auch, die Macht abzugeben. Das bedeutet im Umkehrschuss, Umkehrschuss für mich, Umkehrschluss übrigens, dass ich eigentlich ja nichts dafür kann, sondern es sind die Umstände und die Menschen und ich kann ja überhaupt nichts dafür. Und aus Sicht von Law of Attraction ist es so, dass du eigentlich glaubst, dass es eigentlich funktioniert. Weil entweder ich habe die Verantwortung, die Macht in meinem Leben oder ich habe sie nicht. Und 100% für sein Leben verantwortlich sein oder Verantwortung übernehmen. Das bedeutet nicht, wenn dir als Kind dir etwas ganz Schlimmes zugestoßen ist, dass du im Rahmen von Law of Attraction das erdacht hast. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine, dass du für die Situation, wie sie ist, die Verantwortung nimmst. Das ist mein Leben. So sah es bisher aus und da soll es hingehen. Und es ist mir egal. Meine Vergangenheit wird nicht beschreiben, wer ich in der Zukunft sein werde und sein möchte. Das meine ich mit Verantwortung übernehmen. Und dann die Gedanken auf die Zukunft ausrichten und jemand sagt mir ja und dann schaue ich mal, wie das dann so wird. Wenn ich mir überlege, wie das schon so wird, wenn ich das jetzt so sage, dann ist das auf der Überzeugungsskala von 1 bis 10 eher so eine 3. Und ja, mal sehen, wie es so wird, beinhaltet eigentlich den Zweifel. Du kannst zwar die Worte sagen, ich möchte ganz gerne, dass das und das so ist und so sehe ich meine Zukunft. Wenn du die Wörter aber eigentlich und es wäre schön und mal gucken, was bei rumkommt, da ist keine Manifestation im Sinn, da ist kein klares Bild, dann weiß ich nicht zu 100% wie es aussieht, wie es anfühlt und was dann passiert. Das ist, mal gucken, ich rede positiv und gucke mal, was dabei rumkommt. Das ist das meistverstandene, missverstandene Prinzip bei dem Gesetz der Anziehung. Es geht nicht ums positive Denken, es geht ums Fühlen. Gefühle sind der Booster dafür. Gefühle, Dankbarkeit und mit allen Sinnen zu wissen, was ich will, ist der Schlüssel dafür. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, genau zu wissen, was ich will. Absolut zu wissen, so sieht die Zukunft aus, das möchte ich haben, so sieht das aus, diese Form. Wenn ich nicht genau weiß, beschreibe ich sämtliche Attribute. Wenn ich nicht weiß, wie mein Traummann, Traumfrau aussehen soll, beschreibe ich, wie, also wie Wörter, Adjektive, wie ist er, liebevoll, humorvoll, in allen Sinnen und beschreibe im zweiten Punkt, wie ich mich fühle, wenn ich mit dem oder derjenigen zusammen bin. Und der dritte Punkt ist natürlich, loslassen, denn wie das Ganze zu dir kommt, auf welchem Wege, ist nicht dein Thema, und der vierte Punkt ist, das Ganze auch annehmen zu können. Und wenn du genauer nochmal da reinschauen möchtest, nimm die Folge 19, die drei Fehler beim Manifestieren, hör sie dir einfach nochmal an. Und mit dem Warum drehe ich mich eigentlich ständig im Kreis, warum, warum, warum ist die Banane krumm und es geht darum, unterm Strich das Thema abzuhaken und sagen, warum, dein Warum ist nicht wichtig, mir wird es wichtig, warum willst du das wissen, also was erhoffst du dir davon, was in Wirklichkeit dabei rumkommt, haben wir in dieser Folge geklärt, du weißt halt nicht, du weißt halt, warum das so ist, das ist schön, es hilft dir in keiner Art und Weise, die Ziele zu erreichen, die du hast, und es hilft dir nicht dabei, Verantwortung von deinem Leben zu übernehmen und die richtigen Bestellungen und das richtige, geile Leben zu dir zu manifestieren. dabei hilft das also überhaupt nicht. Daher bin ich kein großer Freund vom Warum, sondern wie soll es aussehen, wie ist dein Leben richtig, wie ist dein Leben, wenn es richtig geil läuft, wie soll das sein und dann auch nicht, warum sollte das für dich nicht möglich sein, es ist für jeden möglich. Mittlerweile haben wir durch das Gesetz der Anziehung wirklich eine Gebrauchsanweisung fürs Leben und du kannst dir jede Form von Leben manifestieren, auf die du Bock hast. Fang mit kleinen Dingen an, steiger dich, fang bei Parkplätzen an und kleinen Gehaltserhöhungen und den richtigen Sitz im Kino oder was der Geier warst und steiger dich nach oben, stell dir das in allen Sinn vor und tu so, als wenn das schon ist und der absolute Booster für mich war immer die absolute Dankbarkeit. Ich habe das schon in einigen Folgen erwähnt. Die Dankbarkeit niederzuschreiben, jeden Tag, wofür bin ich in meinem Leben wirklich dankbar, wie schön das ist, sorgt für ein so warmes, wudiges Gefühl, was du aussendest, was dafür sorgt, dass Dinge deutlich schneller in deinem Leben kommen. Für alle dankbar sein, für jeden, nimm die Estes mal für sie, sei für alle Menschen dankbar, die in ihrem Leben sind. Entweder sind eine Inspiration eine Bereicherung oder eine Warnung. Jeder in deinem Leben hilft dir dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Entweder weil jemand das vorlebt oder dir ganz genau zeigt, was passiert, wenn man es nicht tut. Also sei einfach dankbar für alles, was in deinem Leben da ist. Du weißt nie, wozu es gut ist. Und wenn das auch im Moment so sein kann, dass man in einem kleinen Loch drin steckt. Und ich weiß, der Sprung von tiefster Trauer zur Glückseligkeit, dass der Sprung zu hoch ist. Hangel dich auf das nächste Stückchen. Fokussier dich. Sei dankbar, dass du atmen kannst. Sei dankbar, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Sei dankbar, dass du Essen im Kühlschrank hast, dass du Kleidung am Leib hast. Nimm die kleinen Dinge. Es mögen kleine Dinge sein, sie haben aber eine Riesenwirkung auf das Gesamte manifestieren. Sei dankbar für deine Kinder, für deine Partner, für die Partner, die du hattest, für jeden einzelnen Menschen und Erfahrung, die du in diesem Leben bisher machen durftest. Sie waren alle ein Geschenk und sie haben dir alle dabei geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, für mich ist es sehr, sehr einfach, einfach die Dankbarkeit zu sehen, den Menschen anzusehen und mir zu überlegen, danke, dass der Mensch da ist weil er für mich eine Riesenhilfe ist, Entscheidungen zu treffen. Entweder, hey, was der da erschaffen hat, finde ich super, das möchte ich auch haben oder, wow, was der sich in seinem Leben erschaffen hat, das möchte ich auch gar keinen Fall haben. Und daher, immer ausgerichtet auf die Zukunft, nie mit den Gedanken in der Vergangenheit, denn du kannst auch kein Auto fahren mit dem Blick in den Rückspiegel. Dann wirst du mit Sicherheit irgendwo reinkrachen, wenn du gerade ausfährst. Mit dem Blick nach hinten bist du in die falsche Richtung unterwegs. Ja, das hat einen Grund, warum der Rückspiegel klein ist und die Windschulscheibe groß. Das ist nicht der Weg, den du gehen wirst. Schau nach vorne, freu dich auf die Dinge, die kommen. Es sind tolle Dinge da und die werden auch für dich möglich sein, wenn du deine Gedanken anhand der Smile-Philosophie und dem Gesetz der Anziehung dementsprechend ausrichtest. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, diesem kleinen, feinen Podcast zu lauschen. Nächste Woche geht es weiter. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, die jetzt eingeschaltet haben, den Kanal abonniert haben, die kommentiert haben, die mir geschrieben haben. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, sehr darüber, mit euch zu interagieren. Und jetzt fehlt noch das Zitat der Woche. Wer A sagt, muss nicht gleich B sagen. Er kann auch erkennen, dass er mit A falsch lag. Berthold Brecht In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunder, wundervollen Start in die neue Woche. Genieße die Woche, habe einen wundervollen Tag, sei dankbar für die Dinge, die du erleben kannst. Und in diesem Sinne Smile for Alive, dein Marco. Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Und falls dir diese Folge und natürlich auch dieser Podcast gefällt und du anderen dabei helfen möchtest, dass er auch schneller gefunden wird, dann kannst du das tun, indem du es natürlich an die Leute direkt teilst oder auf Spotify, Apple und Google gehst oder die Plattform, die du gerade hörst, mir eine Bewertung und ein Daumen nach oben oder ein Sternchen da nimmst. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns connecten und du mir vielleicht schreibst unter podcast at smileforalive.de oder besuche mich auf meiner Webseite oder auf Instagram oder Facebook. Inged quarantine die gnelle und வ잇ote die weh. Ich bin johnsik Tenemos